Dann hören wir jetzt noch mal Julian und zwar mit ihrem anderen Hut. Als Mitveranstalterin von Bits und Bäume kann sie uns vielleicht noch mal ein bisschen Einblick darin geben, wie Digitalisierung und Umwelt überhaupt zusammenhängen und warum es wichtig ist, öfter dahin zu gucken auf diesen Zusammenhang. Danke auch Michael für die gute Vorarbeit. Ganz viele von den Punkten, die jetzt am Ende genannt worden sind, werden Sie gleich bei mir wiederfinden, nur noch mal aus einer anderen Perspektive. Ich bin nicht nur bei der Open Knowledge Foundation, sondern habe als Open Knowledge Foundation letztes Jahr bei der Konferenz Bits und Bäume mitwirken dürfen in dem Organisationskreis. Normalerweise erkläre ich das eher so in einer Stunde, Sie müssen jetzt also tief durchatmen, wir schaffen das. Das ist mein Fahrplan, ganz kurz, was war oder ist eigentlich Bits und Bäume, dann ein paar konkrete Zusammenhänge, ein paar große Zusammenhänge, die politischen Forderungen, die wir aufgestellt haben, gemeinsam und ganz zum Schluss, was hat das eigentlich mit der Stadt zu tun? Fangen wir also an. Die Bits und Bäume 2018, was war das eigentlich? Das ist eine Konferenz gewesen, die wir in Berlin veranstaltet haben und zwar nicht nur die Open Knowledge Foundation, sondern zusammen mit Organisationen wie dem Chaos Computer Club auch, aber eben auch Umweltorganisationen und entwicklungspolitischen Organisationen wie zum Beispiel dem BUND oder auch German Watch. Es gab sehr viele Vorträge, es gab Workshops, so sah das dann aus. Wir haben auch ein Forum gehabt, das sieht man hier unten rechts. Das heißt, wir haben eben auf Austausch sehr viel Wert gelegt, um einander abzuholen, zu erklären, was sind eigentlich die Fragestellungen, was sind die Probleme, vor denen wir überhaupt stehen. Wir haben die Vorträge aufgezeichnet, also Sie können da sich gerne an den verschiedenen einzelnen konkreten Punkten ein bisschen weiter informieren und wir haben auch, und das ist vielleicht mal ein Hinweis für das nächste Forum Offene Stadt, auch die Veranstaltung selbst versucht, so nachhaltig wie möglich zu organisieren mit biologischem, veganem und auch lokalem Essen, aber auch zum Beispiel unsere Webseite ist von einem Kollektiv aufgesetzt worden und obwohl wir Twitter eingebunden haben, senden wir keine Daten an Twitter. Also auch das sozusagen ist, da haben wir versucht, unseren eigenen Ansprüchen möglichst gerecht zu werden. Was hat sich daraus entwickelt und warum ist es jetzt spannend in diesem Zusammenhang? Das eine ist, daraus ist eine Bewegung entstanden, eine Community. Es gibt Stammtische beispielsweise in Berlin und Dresden und auch unser Hashtag Bits und Bäume wird weitergeführt demnächst, nicht nur auf Twitter, sondern auch auf Mastodon und wir haben als zweites daraus uns zusammengesetzt und Forderungen entwickelt. Warum haben wir uns das angetan, Organisationen, die erstmal scheinbar so sehr unterschiedliche Standpunkte und Ziele haben? Warum steht jetzt der BUND beispielsweise ein für Datenschutz und für IT-Sicherheit und für Open-Source-Technologien und auf der anderen Seite der Chaos Computer Club setzt sich jetzt ein für Klimaschutz und globale Gerechtigkeit und Armutsbekämpfung im globalen Süden? Warum ist das so? Man kann auch fragen, warum hängen eigentlich nachhaltige Stadtentwicklung und Digitalisierung von Städten zusammen oder was haben eben offene Daten mit Umweltschutz zu tun? Kommen wir also zu meinem zweiten Punkt, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, wie hängt das zusammen? Und damit wir hier wissen, wovon wir reden und ich Sie alle mal einmal abholen kann, hier eine kleine und wie ich finde, zwar nicht sehr umfassende, aber doch sich sehr gut merken lässt in der Definition von Oliver Parodi, der arbeitet am Institut für Technikfolgenabschätzung in Karlsruhe, der gesagt hat, heute gut leben, dabei auf die Mitwelt, auf die Umwelt und auf die Nachwelt achten. Diese Gedanken oder diese Kerne von Mitwelt, Umwelt und Nachwelt finden wir auch wieder, wenn wir uns die klassischen Felder der Nachhaltigkeit angucken. Da gibt es natürlich die ökologische Nachhaltigkeit, an die denken wir immer als allererstes und ich muss Ihnen hoffentlich und wahrscheinlich nicht erklären, warum das sehr dringend ist und dass wir natürlich, je nach Berechnung, nur noch ungefähr neun Jahre Zeit haben, bis der Klimawandel unumstößlich ist. Also die Umwelt sozusagen, aber was hier auch drin steckt in der Nachhaltigkeit, ist die soziale Komponente, die Mitwelt sozusagen und die nimmt den Menschen in den Blick und die kümmert sich um langfristige, stabile, menschenwürdige Lebensumstände, Arbeitsbedingungen und eben solche Felder wie Armut und globale Gerechtigkeit mit Welt. Aber was die Felder der Nachhaltigkeit auch in den Blick nehmen, das hatten wir bisher noch nicht, ist die ökonomische Komponente und das sind ja auch Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft hier und das heißt eben nicht unbedingt Ökonomie, so wie wir sie bisher verstehen, sondern ich möchte es bitte verstanden wissen im Sinne von einer Wirtschaft, die langfristig für die Gemeinschaft gedacht wird und die den Menschen und die die Umwelt in den Blick nimmt und jetzt nicht Innovation der Innovation wegen macht und auch nicht primär den Schwerpunkt Wirtschaftswachstum hat, sondern eben tatsächlich für Menschen und für Umwelt da ist und dann sozusagen ist auch noch genug für die Wirtschaft da, wenn wir das in den Blick nehmen. Wenn wir jetzt beides zusammenführen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, dann müssen wir eigentlich zwei Aspekte da sehen und es sind sozusagen zwei Seiten einer Medaille, nämlich auf der einen Seite müssen wir Digitalisierung für Nachhaltigkeit nutzen. Digitalisierung, das haben wir heute schon oft gehört, als Werkzeug für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele und auf der anderen Seite muss aber die Digitalisierung auch selbst nachhaltig gestaltet werden, damit sie sozusagen ihren eigenen Zielen dann nicht im Wege steht. Was sind jetzt konkrete Beispiele hier und konkrete Schnittstellen von genau diesen beiden Medaillen? Einerseits haben wir natürlich die Verkehrswende, die für Städte natürlich ein großes Thema ist. Ökologische Stadtentwicklung passiert, indem wir zum Beispiel Multimodalität denken, das heißt Zusammenhängen von Radverkehr, öffentlichen Verkehrsmitteln, Konzepten wie Carsharing zum Beispiel. Wir wollen in Echtzeit auf Verkehrsprobleme reagieren können und zum Beispiel so etwas wie ein Rufbussystem einführen, damit wir auch sozusagen die Landbereiche mit verbinden können. Dann haben wir das intelligente Parkraummanagement und so weiter und so fort. Und wie wir heute schon viel gehört haben, braucht es hier natürlich Open Data im Verkehrsbereich und auch offene Schnittstellen, damit wir das umsetzen können. Das ist sozusagen die eine Seite, wo wir Technologien brauchen, um in diesem Falle die Verkehrswende umzusetzen. Auf der anderen Seite steht aber auch die große Frage, welche Daten sammeln wir da eigentlich? Wo und von wem? Für wen sind die einsehbar? Wo sind sie gespeichert? Wie werden sie ausgewertet? Und an wen werden die am Ende vielleicht auch sogar verkauft? Ein weiterer Punkt, wo eben Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenkommen, genau Mobilität, ist die Energiewende. In der Energiewende ist es sehr zentral, dass digitale Technologien, wir sprechen da immer dann von den intelligenten Energienetzen, dafür sorgen, dass wir Energie verteilen können und prognostizieren können, wo wie viel Energie erzeugt wird, wie sie verteilt werden kann, wann sie auch in Speicherung überführt werden muss. Wenn wir uns anschauen, unsere Energie wird heute noch relativ zentral produziert von wenigen Energiekonzernen, aber das wird in der Zukunft nicht mehr so sein. Das wird sehr dezentral sein und auch lokal organisiert sein. Und natürlich brauchen wir da ein gutes Management der Verteilung und wir brauchen auch Daten, um zum Beispiel Prognosen treffen zu können, um sowas wie Peer-to-Peer-Energie-Technologien zu ermöglichen. Da haben wir dann so diesen Begriff Smart Grid, der beispielsweise da mit reinkommt. Auch hier müssen wir dann aber abwägen, welche Daten brauchen wir, welche müssen auch offen sein. Und auf der anderen Seite, wie detailliert brauchen wir die Daten? Wann werden sie dann auch personalisierbar? Also brauchen wir zum Beispiel den Smart Mieter, der jede einzelne unserer Stromverbrauchs misst und an den Energiekonzernen gibt oder reicht es nicht einfach, bestimmte Straßenzüge oder Viertel beispielsweise zu erfassen? Also auch hier müssen wir eine Balance wahren. Der dritte Punkt ist natürlich die Agrarwende. Für Städte fragt man sich, ist das jetzt ein Thema? Natürlich ist es ein Thema, weil wir natürlich dafür sorgen müssen, dass auch die Städte versorgt werden mit lokaler und biologischer Nahrung und auch die Produktion im Umkreis entsprechend umgestellt wird. Ein ganz großer Faktor ist aber, und der nimmt dann in den Blick, wie Technologien selbst nachhaltig werden können, die Ressourcenwende. Und während jetzt also die ersten Beispiele vor allem eben die digital gestützte Nachhaltigkeit umfasst haben, berührt die Ressourcenwende eben jetzt den Bereich, wie schaffen wir es denn, dass unsere Technologien selbst nachhaltig sind und auch ressourcenärmer werden. Und hier haben wir verschiedene Dinge, die wir in den Blick nehmen müssen, nämlich einerseits die Herstellung und auch die Lieferketten von den enormen Ressourcen, die wir für unsere Technologien brauchen. Nur ganz kurz, also unten beispielsweise haben wir die Zusammensetzung eines Telefons, welche Stoffe da drin sind und oben haben wir, auch das müssen wir in den Blick nehmen, beispielsweise den Stromverbrauch, den momentan unsere Technologien brauchen und prognostiziert brauchen werden. Was steckt da also drin? Wir haben einerseits natürlich Kunststoffe, die wir für die Technologien brauchen, aber auch Konfliktrohstoffe, die zum Beispiel in den Ländern, in denen sie abgebaut werden, Konflikte schüren oder Konflikte weiter treiben. Dort werden Rohstoffe unter menschenunwürdigen Bedingungen und unter Gefahren abgebaut. Aber wir haben eben auch einen großen Bedarf an Strom, da geht es dann wieder in Richtung Energiewende und einen großen CO2-Ausstoß. Gleichzeitig müssen wir uns sozusagen die sozialen Herstellungsbedingungen anschauen und auch uns fragen, wo wird dann diese ganze Technologie, dieser Elektroschrott und auch der Plastikmüll entsorgt. Wir verschiffen das momentan aus Deutschland nach Malaysia, dorthin, wo wir das nicht mehr sehen. Auch das ist also eine ganz wichtige Frage, wo Technologie und soziale und auch ökologische Nachhaltigkeit ganz eng zusammenhängen. Das heißt, was heißt das für eine Stadt? Eine digitale Stadt kann und muss auch zum Beispiel ihren Technikpark hier einfach mal in den Verwaltungen in den Blick nehmen und sich überlegen, wie kann sie das besser, effizienter organisieren und auch auf welcher Hardware kann das beruhen und welche Software brauche ich, damit ich die Hardware lange benutzen kann. Das heißt, wir müssen uns auch Gedanken machen über die Entsorgung von Geräten und der Materialien und vor allem die Langlebigkeit von Geräten in den Blick nehmen. Wir müssen Reparierbarkeit fördern, Repair-Cafés zum Beispiel in Städten fördern und wie wir das heute schon ganz oft gehört haben, auch aus einer ökologischen Perspektive uns für Open Heart und Software einsetzen. Auf politischer Ebene ist es natürlich auch eine Frage von sowas wie Softwarehaftung und Verpflichtung zur Bereitstellung von Updates, damit wir die Geräte einfach wirklich möglichst lange nutzen können und nicht darauf angewiesen sind, dass wir sie sozusagen wegwerfen müssen, nur weil wir keine Sicherheitsupdates mehr bekommen können. Das sind also alles sehr naheliegende Zusammenhänge. Ich möchte aber mal den Blick aufs große Ganze nehmen und von diesem soziale und ökologische Komponente wegkommen. Und da treffen wir uns eigentlich mit den politischen Forderungen, die wir als Bitz und Bäume aufgestellt haben. Das sind eigentlich elf große Forderungen unter sieben Themenfeldern und die ersten zwei, finde ich, eigentlich sind bei uns sehr zentral. Die gehen nämlich über dieses Sozial- und Ökologische hinaus und aus diesen ersten leiten sich eigentlich alle konkreten Handlungsmöglichkeiten ab und die könnte auch eine Stadt in den Blick nehmen, um sich zu überlegen, was ist ein nachhaltiges und ökologisches Stadtkonzept. Was sind jetzt diese zwei ersten Zielsetzungen? Das eine ist die sozial-ökologische Zielsetzung ganz grundsätzlich bei der Gestaltung von Digitalisierung. Und da haben wir zum Beispiel diesen Satz, Digitalisierung, die dem, oder Ausschnitt, die dem Gemeinwohl und Frieden dient, Datenschutz und IT-Sicherheit ernst nimmt und soziale und ökologische Ziele gleichermaßen fördert. Das sind jetzt sehr große und sehr allgemeine Worte und allgemeine Dinge, die da drinstehen. Was heißt das aber jetzt ausdifferenziert? Ein paar Beispiele. Das heißt zum Beispiel, dass wir soziale Verantwortung übernehmen müssen für so etwas wie das Bereinigen des Internets von Inhalten, die wir nicht haben wollen, was momentan in den Philippinen passiert unter nicht so sonderlich menschenfreundlichen Bedingungen. Das heißt aber auch, dass wir uns zum Beispiel Gedanken um IT-Sicherheit machen müssen. Warum? Weil wir momentan ja darauf hinausarbeiten oder darauf hinarbeiten, dass wir eigentlich alles mit IT organisieren. Also das Gesundheitssystem, das Verkehrssystem und so weiter wird in Zukunft immer mehr noch auf Technologien beruhen. Das heißt aber auch, dass wir IT-Infrastruktur als sehr kritische und Grundlageninfrastruktur sehen müssen und sie damit eine Grundlage unserer Gesellschaft geworden ist und unsere Gesellschaft auch dadurch verwundbar geworden ist. Ich möchte an dieser Stelle erinnern an so Geschehnisse wie WannaCry oder auch darauf hinweisen, dass wir momentan immer noch über unsere Politik den Schwarzmarkt für Sicherheitslücken fördern, weil wir genauso einkaufen wie andere Geheimdienste. Das heißt aber auch ganz konkret in unseren eigenen Haushalten, dass wir bei so etwas wie Webcams oder auch bei Bildschirmen Sicherheitskontrollen haben müssen und bestimmte Regulierungen haben müssen, sodass wir uns darauf genauso sicher beruhen können, wie wir Trinkwasser zu uns nehmen, damit wir sicher sein können, dass sozusagen diese Dinge, die wir da benutzen, uns nicht gefährden und uns nicht krank machen sozusagen. Was in dieser ersten Forderung auch drin steckt, ist grundsätzlich eben dieser Kontrapunkt zu Digitalisierung, die sehr wirtschaftsgetrieben und auch vor allem sehr monopolfördernd ist. Und auch das hat Michael schon angesprochen, ganz wichtiger Punkt, wir müssen die Technologien unseren Zielen und Zwecken anpassen. Jede Technik hat einen Zweck und wir müssen aber sozusagen andersrum denken. Wir müssen erst fragen, was wollen wir dann und dann müssen wir die Technik dafür entwickeln. Und Technik an sich ist natürlich erst mal neutral, aber wenn wir in dem Moment, wo wir ein Datenset zum Beispiel aufbauen und Trainingsdaten haben, dann wird davon, von diesen Trainingsdaten wird abhängen, wie am Ende die Entscheidung ausfällt von beispielsweise Algorithmen. Das heißt, das müssen wir sehr, sehr gut in den Blick nehmen, damit wir am Ende Technologien haben, die der Gesellschaft dienen. Wir müssen also die kritische Frage stellen, was ist in diese Technologie eingeschrieben? dient sie tatsächlich dem Gemeinwohl? Wir begreifen also Technologie als ein Werkzeug und Nachhaltigkeit eben als dieses Werteset dafür. Und die Basis von alledem ist unser zweiter Punkt, nämlich Demokratie. Auch das hat mein Kollege Arne Semsrott beispielsweise schon in den Blick genommen und es ist mehrfach zur Sprache gekommen. Ich möchte das hier aber explizit nochmal erwähnen. Denn Demokratie ist eigentlich die Grundlage für uns, um eben Gesellschaft zu organisieren, und zwar freiheitlich mit den Rechten und Freiheiten, die wir gerade haben, organisieren zu können. Und an dieser Stelle erklärt sich dann auch, was zum Beispiel Datenschutz in diesem ganzen Forderungspaket verloren hat. Denn Datenschutz ist die Bedingung für eine demokratische und freiheitliche Gesellschaft. Nur wenn wir darauf achten, dann können wir verhindern, dass Menschen, die zum Beispiel kein ausreichend technisches Verständnis haben, manipuliert oder auch diskriminiert werden, indem beispielsweise entsprechende Profile erstellt werden. Das heißt in einer Stadt zum Beispiel, dass es keine vollständige Videoüberwachung geben darf und schon gar nicht mit Erfassung von biometrischen Daten. Das heißt aber auch, dass wir sicher gehen müssen, dass unsere Kommunikation nicht ausgespäht wird und überwacht wird. Das heißt, wir müssen in unserer Demokratie einen freien Meinungsaustausch einfach gewähren. Denn Studien ergeben, und das wissen wir auch schon lange, dass ein gläsener Bürger oder gläsene Bürgerin in vorauseilendem Gehorsam sich weniger frei bewegen wird, sodass sie am Ende zwar theoretisch diese demokratischen, freiheitlichen Grundlagen hat, aber nur in überwachungsfreien Räumen ist zum Beispiel so etwas wie ein Klimaprotest möglich. Und da können wir zum Beispiel nach Hongkong gucken. Das Erste, was die Aktivisti dort gemacht haben, war Überwachungskameras abbauen und dafür sorgen, dass sie verschlüsselt kommunizieren können. Demokratie hat aber in diesem Zusammenhang auch noch eine andere Seite, nämlich, wir können demokratische Prozesse mit Technologien auch unterstützen. Das ist ein Punkt, der heute schon ganz viel genannt worden ist. Da komme ich also zurück auf diese ganzen Punkten Open Data, Free and Open Source Software, auf diesen Grundsatz Public Money, Public Code. Also insgesamt den Cummins-Gedanken in diesen technischen Komponenten. Heißt zum Beispiel, wie in Barcelona Regelungen schaffen, dass alle Projekte, die in der Stadt gemacht werden und die gefördert werden von der Stadt, dass die am Ende veröffentlicht werden und dass es da Open Data gibt und dass da die Software, die entsteht, Open Source ist. Das heißt zum Beispiel, die gesammelten Verkehrsdaten und eben alle von der Stadt finanzierten Anwendungen tatsächlich offen sind und Daten als Gemeingut begriffen wird an dieser Stelle. Das heißt eben, dass wir langlebige Free and Open Source Software fördern müssen und auch ihre Hardware und auch ihre Pflege in den Blick nehmen müssen. Und das heißt auch, einen Schritt weiter, dass wir Wissen und auch Forschungswissen viel mehr als Gemeinmut gut begreifen müssen und nicht zurückhalten dürfen, sondern miteinander teilen wollen. Denn nur wenn wir Informationen und wenn wir Fakten haben, können wir auch einen demokratischen öffentlichen Diskurs gut führen und den Ausstatten und Populismus zum Beispiel entgegentreten. Was in diesem Demokratiepunkt auch drin steckt, ist das, was wir heute schon sehr oft gehört haben, nämlich Ehrenamt und Teilhabe fördern, die Zivilgesellschaft also in die Planung zu integrieren, ihre Expertise zu nutzen. Denn nur wenn Menschen Städte planen, werden die Städte am Ende auch für die Menschen sein und nicht für zum Beispiel die Industrie. Das heißt aber auch, dass diese Communities, die da entstehen und mitarbeiten, Unterstützung brauchen, um stabil zu sein und eben zum Beispiel Räume oder Gelder für ihre Ehrenamtsarbeit brauchen. Und nicht zuletzt steckt in diesem Demokratiepunkt wieder die Frage nach Transparenz, um eben Kontrolle staatlichen Handelns zu ermöglichen, Mitwirkung zu ermöglichen, Stichwort Transparenzgesetz. Aus diesen zwei Forderungen leiten sich jetzt ganz viele Sachen ab, die ich jetzt nur kurz angerissen habe. Sie können die auf der Webseite nachlesen und Sie können die auch unterschreiben. Was hat sozusagen all das oder was haben diese ganzen politischen Forderungen jetzt mit der Stadt zu tun? Es ist eben sehr spannend, dass die Stadt eine Einheit ist, die auf der einen Seite klein genug ist, um Veränderungen durchzusetzen und auf der anderen Seite auch groß genug ist und sehr viele Ressourcen hat und sehr viele Parameter hat, um diese Veränderungen dann tatsächlich umzusetzen und Vorreiter beispielsweise zu sein. Das, worauf ich also hinaus will, ist genau, die Green and Smart City of Tomorrow ist klein genug und auch groß genug für Veränderungen. Fazit, auch eine Stadt muss sozusagen das große Politische in den Blick nehmen und da kommen wir zu diesem relativ alten Schlagwort, think global, act local. Oder um das mit den Worten von Francesca Bria zum Beispiel zu sagen, die Städte sind ein wichtiger Ort, um unsere Demokratie der Zukunft zu beleben und aufzubauen. Auch sie nimmt also diesen Demokratieaspekt hier ganz klar in den Blick. Was heißen jetzt all diese Zusammenhänge für die offene Stadt, eine offene Stadt wie Hamburg? Erstens, natürlich ist Offenheit ein erster wichtiger Schritt und auch ein großer Schritt für die Nachhaltigkeit und das heißt auf der einen Seite offen für die Einwohnerinnen und Einwohner, Dialog, Plattform, Unterstützung von Ehrenamt und so weiter, also für die Mitwelt offen. Auf der anderen Seite heißt es natürlich auch offen im digitalen Sinne, Open Data, Informationstransparent, Free- und Open Source Software und so weiter. Aber das reicht natürlich an sich nicht aus, um am Ende nachhaltige Ziele zu erreichen. Das heißt, wir müssen natürlich dieses offene Stadtkonzept erweitern und Nachhaltigkeit als Werte gerüst bei all diesen Entwicklungen, die wir vorantreiben, unten drunter legen und eine offene, eine sichere, auch technologisch sichere und ökologisch nachhaltige Stadt entwickeln und dafür die richtigen Fragen stellen, um dann die richtigen Technologien dafür zu finden. Und da sind wir wieder bei dem Schlagwort, was sind eigentlich die Parameter von Stadtentwicklung, wofür entwickeln wir Technologien und die Antwort muss immer am Ende sein für die Mitwelt, für die Umwelt und für die Nachwelt. Drittens kann man jetzt nicht auf genug sagen, merken wir uns also think global, act local, denn jede Stadt beeinflusst unsere gesamte Welt und jede Stadt hat folglich die Macht zur Veränderung unserer Welt und damit müssen wir also das große Ganze in den Blick halten und aber, sonst wären wir ja auch handlungsunfähig, das Ganze regional umsetzen. Und da habe ich einen Appell an die Stadt Hamburg. Sie können als Stadt die erste Stadt sein, die unsere Forderungen unterzeichnet. Die Anzahl der Unterstützerinnen und Unterstützer umfasst sowohl Einzelpersonen als auch vor allem Organisationen. Die Uni Oldenburg-Gäste, wo ich gestern Abend war, wird jetzt tatsächlich über den AStA einen Antrag stellen, als Uni tatsächlich die Forderung zu unterschreiben und es wäre ja auch schön, wenn wir eine Stadt in diesem Bunde hätten. In diesem Sinne... Applaus In diesem Sinne vielen Dank und wem das jetzt zu schnell ging und wer einzelne Dinge nochmal nachlesen möchte, wir haben diese Publikation herausgebracht, die auch als PDF frei zur Verfügung steht. Wir haben die Vorträge aufgezeichnet und Medienpartner des Ganzen war netzpolitik.org, immer eine gute Anlaufstelle, um sich über netzpolitische Themen und eben jetzt auch über diese Schnittstelle zu informieren. Vielen, vielen Dank, Juliane, für diesen Meta-Überblick. Vielen Dank.